Willkommen beim Geld. Geld anlegen ist manchmal wie ein gutes Schachspiel. Wenn man langfristig erfolgreich ist oder nicht, ist nicht einfach nur Zufall. Damit man sein Vermögen nachhaltig vermehren kann, braucht es eine sinnvolle Anlagestrategie, die auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist und die man dann Schritt um Schritt konsequent mit einer langfristigen Perspektive umsetzt. Die Basis für den Anlagerfolg ist die Aufteilung des Vermögens. In der Fachsprache nennt man das Asset Allocation. Dabei investiert man das Geld, das man investieren will, auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Rohstoffe und Immobilien. Je nach Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen hat man mehr Renditechancen, trägt aber auch mehr oder weniger Risiken. Darum muss die Vermögensaufteilung gemäss der persönlichen Renditevorstellungen von einzelnen Anleger und ihrer persönlichen Risikobereitschaft ausgerichtet werden. Was gibt es genau für Strategien und welche sind im aktuellen Marktumfeld besonders erfolgsversprechend? Darüber reden wir jetzt mit Sandro Schibli, Leiter Private Banking bei der Acrevis Bank. Was gibt es für Regeln, die man bei dieser Vermögensaufteilung berücksichtigen sollte, damit man sein Vermögen möglichst optimal investieren kann? Bei der Vermögensaufteilung gibt es zwei entscheidende Elemente, die dafür verantwortlich sind, dass man eine erfolgreiche Anlagestrategie hat. Das ist auf der einen Seite die Risikobereitschaft und auf der anderen Seite die Risikofähigkeit. Diese zwei Elemente sind verantwortlich für eine Strategie, die zu einem passt. Sprechen Sie die Risikofähigkeit und Risikobereitschaft haben. Aber wie findet man denn heraus, und zwar tatsächlich heraus, wie viele Risiken man kann und will eingehen, ohne dass man sich selber etwas vormacht? Das sind ganz wichtige Punkte. Entscheidend ist hier, dass man seine eigene Haltung zu möglichen Verlusten kennt. Aber auch seine Haltung, wenn es mal an den Finanzmarkt nicht so läuft, wie man das gerne hat. Es ist auch wichtig, sein eigenes Temperament einzuschätzen und wie man bezüglich Emotionen unterwegs ist. Die Risiken deutlich senken kann man, indem man seine Anlagen diversifizieren. Wie erreicht man eine möglichst optimale Diversifikation? Die alte Grundregel, nicht alle Eier in den gleichen Korb hinzulegen, gilt nach wie vor. Bei den Aktien bedeutet das, dass man national und international streuen sollte, auch über Branchen hinweg. Bei den Obligationen sollte man schauen, dass man eine optimale Laufzeitstruktur hat. Eine Struktur, die zu den eigenen Zielen passt. Und insgesamt sollte man nach wie vor auch immer darauf schauen, dass die Qualität sowohl bei den Aktien wie auch bei den Obligationen stimmt. Auch wenn man seine Risikobereitschaft kennt und erst die Vermögensaufteilung gemacht hat, ist die Arbeit noch lange nicht fertig. Bei der Anlagestrategie wird unter einer strategischen und taktischen Asset Allocation unterschieden. Bei der strategischen Vermögensaufteilung wird durch regelmässige Transaktionen sichergestellt, dass im Depot auch langfristig die angestrebte Vermögensstruktur erreicht wird. Weil sich die Werte der Anlageklassen laufend verändert, kann sich das Verhältnis der Anlageklassen im Depot verschieben. Bei der taktischen Asset Allocation versucht man, durch Stärkung der Gewichtungen der einzelnen Anlageklassen von den momentanen Trends an den Finanzmärkten zu profitieren. Ja Sandro Schibli, was ist jetzt für private Investoren wichtig, die strategische Asset Allocation oder die taktische Asset Allocation? Ganz elementar ist, dass man sich hier an der strategischen Asset Allocation ausrichtet. Das ist die, die zu einem passt, bezüglich Risikobereitschaft und Fähigkeit, während sich die taktische Allokation an den aktuellen Finanzmärkten ausrichtet, aber auch nie allzu stark von der eigenen Strategie abweichen sollte. Schlussendlich geht es darum, dass man die eigene Strategie, die man festgelegt hat, bezüglich Renditen und Risiko erreichen kann und dass es hier nicht unliebsame Überraschungen gibt. Was raten Sie dann, dass man eine möglichst optimale strategische Vermögensaufteilung erreicht? Es sind die gleichen zwei Elemente. Also Risikobereitschaft und Risikofähigkeit sind die zwei entscheidenden Faktoren. Die muss man für sich einfach mal ergründen, am besten begleitet. Dann hat man da auch die Sicherheit, dass man sich nicht emotional zu fest aufs Glatteis lässt lassen und auch mit sogenannten Tipps aus guter Nachbarschaft und unliebsame Überraschungen erfährt. Die taktische Vermögensaufteilung nimmt auch die Trends auf, die wir an der Finanzmärkte haben. Wenn wir jetzt die Märkte anschauen, welche Gewichtungen sind aus Ihrer Perspektive momentan sinnvoll? Wir sind nach wie vor optimistisch für den Aktienmarkt. Also wir sind immer noch leicht übergewichtet im Aktienmarkt. Wir sind die Überzeugung, dass die wirtschaftliche Verfassung nicht so schlecht ist, wie sie momentan dargestellt wird in der Presse. Auf der anderen Seite ist ein Entlastungselemente zu suchen, dadurch, dass sich der Zinsmarkt wieder eher beruhigt hat. Auf der Seite Richtung Süden, wenn man das so sagen darf. Das sind beide Komponenten, die bedeuten, dass die Aktienmärkte eher wieder befeuert werden. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch vor allem der Zinsteil, dass man dort immer noch eher untergewichtet sein sollte und dort aber sehr stark auf Qualität achten sollte. Aber bei den Aktienmarkt vor ein wenig Optimismus. Danke vielmals, Sandro Schiebli. Intelligente Strategien sind nicht nur beim Geldanlegen wichtig, sondern auch bei der Altersvorsorge. Wegen der höheren Lebenserwartung und der tiefen Zinsen kommt die Anwälte immer mehr unter Druck. Auch die zweite Säule Pensionskassen haben Mühe, genügend Rendite zu erwirtschaften und zu senken die Renten für die Versicherten, die neu in die Pension gehen. Für die Arbeitnehmer bedeutet das, dass sie künftig nach der Pensionierung weniger Geld zur Verfügung haben. Darum wird die freiwillige Vorsorge immer wichtiger. Was gibt es für Strategien für ein sorgloses Alter? Das nächste Mal bringen wir Tipps, wie man sicherstellt, damit man nach der Pensionierung wirklich genug Geld hat. funnel ein bisschen Geld war im vielen consisten, Untertitelung des ZDF, 2020